Moin. Moin. Und dieses blöde Tablet. Ja, immer diese Technik. Früher war bestimmt alles besser. Ja, meinst du? Ich denke schon. Würde ich gerne mal wissen. Wo ist denn der Scanner auf einmal hin? Hä? Komisch. Ja. Wo kommt denn jetzt auf einmal der? Ich bin doch eben gerade mit dem Läufer gefahren. Hm. Dann muss ich das doch jetzt so lassen. Hä? Hä? Wo ist denn der Hupfer? Ja, mach ich so weiter. Ja. 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 Mein System ist weg. Bildschirm ist schwarz. Na gut. Soll jetzt fertig sein. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Und was hast du überhaupt an? Na? Kamer? Was hab ich überhaupt an? Wo ist das Tablet? Was ist los? Gibt's Probleme? Das Tablet ist weg. Du musst nach Magdeburg. Das Handy ist weg. Hallo? Hä? Wie? Was? Ach verdammt nochmal. Alles weg. Kommt denn der Zettel her? Ah, da muss ich hin. Dann mal los. Was? Wo ist mein Lkw hin? Was ist denn das hier für ein Scheiß? Hör auf zu schnacken. Hör dir den Hänger vor und das Holz muss weg. Schnell! Sag nicht, du hast auch den Fehler gemacht und wolltest die Ausbildung vor 50 Jahren kennenlernen? Doch, natürlich. Aber ich will hier wieder weg. Weißt du wie? Ich lass es mit dem Trigger probieren. Was machst du? Tschüss. Oh Gott, zum Glück bin ich zurück in der Zukunft. Mein Tablet ist da, mein Handy ist da. Der Lkw. Ich beschwere mich nie wieder über die Technik von heute.